Was ja spannend ist, wenn ich ja zu lange in der Gegenwart bleibe, dann ist es schon wieder Vergangenheit. Also das hat es ja an sich, dass ich eigentlich, kann ich einfach sagen, Gegenwart, Gegenwart, Gegenwart. Weil sonst bin ich ja, also jetzt, dass ich überstrapaziere ein bisschen das Bild. Aber dann bin ich ja übermorgen, bin ich ja schon wieder Romantik. Das geht schnell. Das geht einfach schnell. Und deshalb ist ja auch immer das, das Zweite ist ja immer Zukunft, oder? Das hängt ja zusammen. Also das eine ist dieses Gegenwart abbilden, diese Beschäftigung, Verarbeitung mit dem Gegenwärtigen. Und aber auch immer den Blick auf morgen. Also das Ausstrecken nach der Zukunft, was ja auch drin steckt, oder? Wir glauben an die Zukunft, diesen Blick zu haben. Das holt dich ab, ne? Gegenwart ist dir nicht gut genug. Doch, doch. Nee, ich glaube beides. Ich glaube, den Blick nach vorne muss ich ja haben, dass ich überhaupt gegenwärtig bleibe. Ich glaube, den Blick auf den Blick. Ich glaube, den Blick auf den Blick auf den Blick. Also das ist, dass ich eine gute Frage und die Frau ist, wie ich auch für die Frau. Also das ist, dass ich das Ganze abgelehnt. Ich glaube, dass ich einfach komplett dazu最後 auf die Frau. Und dann sollte ich mir alles geschne. Vielen Dank.